Was wäre die Kerwe ohne Musik? Was wäre Rohrbach ohne Chöre? Ich will Ihnen nicht so viel verraten, nur so viel. Es wird poppig, es wird rockig, es wird bunt. Was wäre ein Chor ohne Band? Wir haben die letzte Kerwe gerockt. Wir haben Konzerte für euch gemacht. Wir haben trotz Corona weitergeprobt. Good morning Rohrbach! Hey, this is not a test. This is Rock'n'Roll! Wir haben für euch Musiker ins Studio geschickt. Ihr wart echt so geil! Und wir haben für euch gesungen. Weil wir ein Teil von Rohrbach sind. Wir haben auf den Kopf mehr geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine hundert Enkel spielen Klingel auf dem Rasen, wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020